Dieses Buch ist ja nicht nur eine kleine Lebensbeichte, nein, es ist ein Stückchen Weisheit. Dieses Buch will Ihnen sagen, wenn etwas schief geht oder Sie vom Weg abkommen, dann manchmal nur, damit Sie nicht geradewegs in Ihr Unglück rennen. Wer dauernd in Fettnäppchen tritt, bei dem läuft es irgendwann wie geschmiert. Wenn Sie eine einzige Katastrophe sind, dann haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie meine Lebensreise vom Dussel zur Diva. So, aber erst mal sagen alle, na wo ist sie denn, na wen haben wir denn, du? Zu dem kleinen, fetten, schwarzen Bonneproppen, der nicht zu übersehen ist, weil ihn Mutti sechsmal am Tag mit dem ostdeutschen Milchpulver Babi Sahne volltankt. Bis zum Rand. Für alle Spätgeborenen, nicht aus Not. In den 60ern galt es als altmodisch und ungesund, seinem Neugeborenen das olle Zeug aus der Brust anzubieten. Ich bin bald so pausbäckig, dass ich kaum noch die Augen aufkriege. Meine Schlitzaugen lassen den Vati kurz zweifeln, ob nicht doch eher ein durchreisender Chinese die Zeugung für sich beanspruchen kann. Mehr noch. Babi Sahne-Kathrin ist bald so moppelig, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, ich hätte schon im ersten Lebensjahr das Gewicht bekommen, das ich heute noch habe. Und ein Nebeneffekt dieser reichhaltigen Ernährung ist, dass meine Polsterbeine nur schwer in Gang zu bringen sind. Da kann die Mutti noch so willkommen in der Zimmermitte hocken und locken. Nun komm zur Mutti, nun komm da mal her zu mir. Katrin Specki-Polsterrolle klammert an der Kommode und weiß, wenn sie jetzt loslässt, liegt sie auf der Kusche. Ein Babyrollator, das wär's jetzt. Bald werde ich einen haben. In Gestalt des Puppenwagens. Wo immer ich ab jetzt hingerufen werde, erscheine ich mit dem Puppenwagen. Überall erzählt man sich, die kleine Weber sei rein närrisch mit ihren Puppen. Aber das stimmt natürlich nicht. Brauche einfach nur was zum Festhalten. Rundfunk. 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 Untertitelung des ZDF, 2020